Das ist das klügste und zum Schluss auch schnellste Vorgehen. Und deshalb ist die Frage, kann man innerhalb Europas Reisen jetzt noch nicht auf der Agenda? Das muss ich ganz einfach so sagen. Ich kann nur sagen, dass die Entscheidung darüber, ob die Grenzen offen oder nicht sind, den trifft ja der Bund an der Stelle. Ich kann nur eines sagen, sollte am Ende möglicherweise innerhalb Deutschlands das Reisen möglich sein, kann ich jedem sagen, der in den Süden fährt, man muss nicht nach Österreich fahren, man kann auch in Bayern dann Urlaub machen. Kann man, wenn es dann möglich ist, wegen einem Hamburger, aber man kann, wenn man Richtung Süden fährt, dann kann man da in Bayern. Und der Norden hat auch super Möglichkeiten, sich zu vergnügen. Damit ist es schon geklärt, wo man hinfährt, Nord oder Süd, West ist dann auch dabei.